Wenn Sie mir das Botman-Event schonen, habe ich Ihnen jetzt ein paar Tipps. 10 Schweizer Reihen aus Bodenhaltung kosten morgen bei Coop nur 3,30 Euro. Und das fixfertige Coop Fondue nur 6,55 Euro. Navels Orangen im Netz an 2 Kilo bekommen Sie für nur 2,10 Euro. Ausserdem offeriert Ihnen Coop Damenpullover aus Baumwolle in verschiedenen Modellen und Grössen für sagenhafte 35 Franken. Also, bis morgen Coop!